Herzlich willkommen zurück zu der PPC-Serie, Pay-Per-Click kostenpflichtige Strategien im Online-Marketing. Und heute geht es nur in einer ganz knackigen, kurzen Folge, aber wichtig für den einen oder anderen, und zwar Snapchat. Auch Snapchat hat die Möglichkeit, oder bei Snapchat hast du die Möglichkeit, PPC zu schalten, Anzeigen zu schalten, und das funktioniert gar nicht mal schlecht. Erstmal kurz zum Ansagen, Snapchat, da geht es ja darum, dass man kurze hochkantige Videos, wie bei den Instagram-Stories, hochpusht, die dann eigentlich nach 24 Stunden weg sind. So, und dann kann man genau diese Stories oder diese Videos nehmen, so 10 Sekunden sollten die sein, auch völlig authentisch, ohne irgendwelchen Kladderadatsch dazu, das Ding online stellen und dann Werbung schalten. So, das erstmal dazu. Und dann habe ich drei verschiedene Kampagnen aufgeschlüsselt und man sieht hier schon anhand der Lookalike, auch hier ist es möglich, sogenannte Custom Audiences zu erstellen. Man kann also bei Snapchat einfach über die Audiences gehen und dann eigene, hier heißen die Sam, keine Ahnung warum, aber eigene Custom Audiences erstellen anhand seiner Zielgruppen und darauf dann eine Lookalike erstellen. Das Ganze funktioniert nicht über die Daten, sondern über eine E-Mail-Adresse an sich und dann kann man anfangen, darauf Werbung zu schalten. So, ich gehe mal wieder zurück, Manage Ads und wie du hier siehst, seit zwei Monaten, seit April, habe ich hier sozusagen Werbung geschaltet und habe drei verschiedene Kampagnen eingeleitet. Einmal die Lookalike auf meine Leads, auf meine Mails sozusagen, einmal die Lookalike auf meine bestellten Bücher und einfach mal eine Interessentenkampagne auf, ich glaube, das war digitales Marketing und Intrapreneure. Und interessanterweise ist auch hier der Algorithmus schon so gut, dass aktuell nur diese Kampagne, die heißt bei mir Buch Conversions, also die Interessentenkampagne, so gut läuft, dass die erstmal weiterläuft. Beide anderen Lookalike Kampagnen haben sehr gut angefangen mit 1 Euro Lead, 1,50 Euro Leads, aber nach einem Monat ging das dann auch schon hoch. Sprich, nach 500, 600 Leads hat offensichtlich Snapchat nicht mehr weitergefunden oder ich muss noch ein bisschen optimieren an der ganzen Kampagne. Das wird auch sehr interessant, auf jeden Fall dieses Jahr, nächstes Jahr, was alles mit Snapchat möglich ist. Was ist noch interessant, aktuell 100 Euro Tagesbudget, haue ich hier auf die Buch Conversions, also auf die Interessentenkampagne und sammle dadurch, wie man hier sieht, mit einem durchschnittlichen Cost per Perchase, ist also ein Kost für ein Lead in dem Fall, 25 Leads pro Tag ein, mit 100 Euro Budget, ist also auch sehr angenehm. Und das, was ich bisher herausgefunden habe, da sind, dass die Kunden über Snapchat natürlich jünger sind, völlig klar, und von der Kaufkraft auch geringer sind als bei Instagram und Facebook, aber trotzdem sehr gute Traffic Strategie, kann ich empfehlen, da einfach mal einzusteigen, gute Sache an sich. Ja, und hier steht zwar auch bei Cost per Perchase bei den Lookalikes 4,31 Euro und 5,32 Euro, aber die waren erst sehr weit unten bei 2 Euro und sind dann innerhalb von 2, 3 Wochen mega nach oben geknallt auf 8, 9, 10 Euro. Ist immer noch okay für ein Lead, aber bei meinem aktuellen Budget habe ich das dann erstmal stillgelegt und lasse erstmal nur die Buch Conversions, also die Interessentenkampagne weiterlaufen. Hier oben sieht man noch das Diagramm von meinen aktuellen Ausgaben, genau, also bis 150 Euro Tagesbudget bin ich hochgegangen, aktuell bin ich bei 100 Euro hier. Und dann hat man auch die verschiedenen Parameter wie Swipe-Ups, also es sind ja keine Klicks bei Instagram und Snapchat, sondern Swipe-Ups, also Hochziehungen, und die kriegt man sehr günstig, sprich ist auch wieder ein geiles Branding-System, aber wie gesagt, die Käufer am Ende sind weniger und die Besteller kaufen dann auch weniger Produkte. Von daher, ganz kurz und knapp, mehr gibt es zu Snapchat erstmal nichts zu sagen. Falls du es nicht verstanden hast, dazu irgendwie Fragen hast, Kommentare schreiben möchtest, schreib mir unter YouTube. Gerne einen Kommentar, ich kenne noch keinen anderen, der in Snapchat wirklich PPC betreibt, großartig. Von daher bin ich gespannt, was eure Meinung dazu ist, ob ihr da schon Erfahrung hattet. Bis zum nächsten Video, euer Win-Win Mark Talaspilowski, ciao.